Willkommen zu diesem Video. Heute machen wir eine 24 oder ich mache eine 24 Stunden Challenge auf meinem Dachboden. Ich muss jetzt 24 Stunden auf meinem Dachboden bleiben. Ja, aber so ganz allein mache ich es anscheinend doch nicht. Nein. Gäste Leute dabei. Ja, wir haben gerade 2 Uhr. Kannst du mal zuhören? Ja, es ist noch hell raus. Hallo, ja, hallo, ja, hallo, ja, hallo, ja, Leute. Wir machen jetzt die 24 Stunden Challenge. Oh, mein Dach, ne, da ist so ein großes Schloch wegen dem Wind. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Egal, komm, wir fangen jetzt an. Wir haben hier sogar noch, damit wir zum Beispiel schlafen könnten, haben wir ein Bett, Essen, Trinken und Toilette haben wir nicht. Und vielleicht, wir können uns gleich nochmal, ja, für 3 Minuten können wir uns bereit machen, ne. Wir müssen zack, zack, zack machen, ne. Wir haben hier schon Trinken und so in sein Zimmer getan, das müssen wir gleich hochholen. Ja. Mit 3 Minuten Zeit dafür. Okay, wir würden mal sagen, wir machen so lang, cut, holen die Sachen hoch und dann seht ihr uns gleich in 2 Stunden. So wieder, bis gleich. Wir haben jetzt 4 Uhr. Wir haben jetzt 4 Uhr, Leute. Und das haben wir jetzt vorhin vor 2 Stunden hochgeholt. Waren 3 Chips. Waren, Leute, keine Schleichwärmung, nein, nein, nein. Keine Chips. Ja, wir haben auch nur Play-Z, äh, ne Xbox meine ich. Aber wir dürfen immer noch nicht 24 Stunden auf Toilette. Und ja, wir sehen uns so ab 8 Uhr wieder, bis gleich. Warte, wir haben jetzt Licht angemacht, wir haben jetzt 8 Uhr, äh, ist ja noch früh eigentlich. Also nur zur Info, wir machen die 24 Stunden Challenge, dass sie schläft Gangster in der Haushalte bei mir. Und, ja. Ich würde sagen, man guckt mich. Gleich wieder. Ja, da sind auch ganz viele Spiele. Und dann müssen wir so ein Spiel machen. Wir müssen erraten, welcher Buchstabe war. Wir müssen da so Sachen hinmalen und wir müssen anderen vielleicht erraten, was das ist. Leute, wir sehen uns vielleicht in 2 Stunden wieder. Ich weiß nicht. Ich denke, bis gleich, Leute. Leute, ich hoffe, man sieht uns. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr. Ja, da hört man vielleicht noch Flieger. Alter, das ist so, das ist voll dunkel jetzt hier drin. Aber egal, also, wir müssen bis 14 Uhr hier die Challenge machen, weil wir um 14 Uhr angefangen haben. Und ja, okay. Sorry, Leute. Wir sehen uns so um Mitternacht oder so wieder. Bis gleich. Bis gleich. Leute, wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Und wir machen jetzt die 3 Uhr nachts Challenge. Auf dem Dachboden nicht trinken. Oder wir dürfen um 3 Uhr nachts nicht trinken. Mann, Schaldi, Schaldi. Oh mein Gott, Leute. So creepy. Warte. Leute, was heftig ist. Wir haben hier das Bett, ne? Wir können uns hier hinlegen. Und wir können uns hier vielleicht nicht schlafen, aber wir können uns da hinlegen, um uns so auszuruhen oder so. Pop, 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 dann hält die hier hin. Schaldi, Schaldi. Ja, wie machen Schaldi, Schaldi? Leute, das zieht, glaub ich, gar nichts. Pssst. Meine Eltern schlafen, Leute. Wir machen einfach keine Challenge. Wir machen einfach nur die 24 Stunden Challenge. Wenn wir uns jemanden attackieren wollen, Leute. Guck mal, wir haben hier so einen geilen Hammer. Leute, weit draußen, wir haben da so, wir sind ja auf dem Dachboden, wir haben da so eine Laterne und die leuchtet direkt hier rein. Also, wir haben so ein kleines bisschen Licht, aber man sieht uns trotzdem sehr schlecht. Wir haben so ein kleines bisschen Licht. Kein Clickbait. Nein, wirklich. Leute, wir schwören euch. Wir sind jetzt seit ein paar Stunden hier. Wir sind seit zwei Uhr und wir haben jetzt irgendwie drei Uhr. Ja, drei Uhr. Seine Eltern wollen nicht, dass wir die ganze Zeit hier rumfilmen, weil es so laut ist, halt. Ja, deshalb kappen wir auch die ganze Zeit. Kappen. 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 Leute, wir nehmen uns mal ein paar Chips aus. Hier ist es voll hell, ey. Hä? Voll heftig. Leute. Nee, guck mal richtig auf die Uhr. Die Laterne ist richtig. Hey, Leute, Leute. So, Leute. Sind wir jetzt da. Wir haben jetzt so einen anderen Punkt. Oh, so. Ja, es ist so hell draußen so ein bisschen. Mach ich mal, gib mal kurz. Ihr seht schon ein bisschen, wenn ich hier hingehe, leuchtet mich. Das war gerade auch schon. Hier, also hier ist die Sonne. Das war auch gerade schon. Ja. Und die Laterne. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt fünf Uhr und wir machen jetzt wieder an. Oh, ja, Leute. Oh, mein Gott. Ist das jetzt hell. Alter, Leute. Jetzt sieht man uns auch wieder. Ja. Was steht denn hier ab? Oh, was leuchtet das immer? Nein, das leuchtet einfach immer. Leute, wir sehen uns so um acht Uhr wieder. Bis gleich. So, Leute. Wir haben ja hier das Licht an. Leiser. Ja. Sorry. Ich werde nochmal leiser. Hör doch mal auf, Alter. Wir legen uns natürlich nicht direkt in die Vanana. Ich lege mich gleich woanders hin. Ja. Wir schillen hier nur ein bisschen, aber wir schlafen, ey. Nö. Wir unterhalten uns so vielleicht über YouTube oder so irgendwie. Und vielleicht sehen wir uns so um zehn, zwölf Uhr wieder. Bis gleich. Leute, ich muss euch was sagen. Wir haben zwölf Uhr. Okay, ist denn da, ist eingeschlafen. Ich mache jetzt Ruhle hoch. Ganz leise. Oh mein Gott. Pssst. Zieh das ein. Ist ja auch egal, Leute. Ich prank ihn jetzt. Ich mache Wecking jetzt auf mit den Cola-Flaschen. Ich lege die Cola-Flaschen. Ah. Blödmann, ey. Tja. Was sollte das? Keine Ahnung. Nein, okay. Aber nimm die weg. Nimm die weg. Okay, Leute. Tsch. Oh mein Gott. Leute. Wir haben jetzt schon zwölf Uhr morgens. Oh, richtig hell. Oh, wie. So wie gestern. Wir haben nur noch zwei Stunden zu meistern. Und ich muss gerade aber richtig, richtig doll pinkeln, ey. Ich bin jetzt seit 22... Ich bin jetzt aber nicht. Ja, ich bin jetzt zwölf Stunden... Ey, vielleicht kann ich morgen bei dir pennen nach Arbeitssamstag, ne? Ja, wir waren ja... Du hast ja heute schon hier geschlafen, also morgen, glaube ich, nicht mehr. Ja, stimmt, natürlich auch. Aber ich frag mal, ob du vielleicht morgen nochmal hier schlafen darfst. Ey, ist so, wenn morgen über Arbeitssamstag... Aber meine Eltern kommen nicht. Ja, aber das Pflicht, die es kommt, muss kommen. Nein. Wieso doch? Ich muss nicht kommen. Meine Mutter kommt zum Arbeiten, ich nicht. Ja, du musst. Nein. Ja, doch, jedes Kind aus der Klasse ist Pflicht. Nein. Leute, du denkst, dein Haus ist so dumm und denkst, ich muss morgen in die Schule, obwohl Samstag ist. Also, Leute, ey. Was ist das für die Video? Wir haben jetzt 24 Stunden hier oben. Und es gibt Arbeitssamstag an der Schule, also muss man am Samstag zur Schule. Das schneide ich nicht ins Video rein, das schneide ich raus. Ha, Pech gehabt. Ja, klar. Ja. Zunächst mal los. Ciao. Dann werden wir die 24 Stunden jetzt übernächtigt. Und ja. Ups. Tschüss. 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 Tschüss.